Hi Leute, ganz wildes Intro für den Frauenfeld-Vlog und zwar, ich stream gerade und ich habe mich entschieden, mir eine Glatze zu schneiden. Weiter 200.000 Leute hinkommen, ich glaube, so gehe ich ein paar Leuten aus dem Weg, beziehungsweise ich werde nicht so viel erkannt. Tan ist gerade bei mir und es sieht nach einer Glatze aus. Mach sie, verdammt. Ich habe gegen mich in den Junk verloren, da muss ich jetzt auch eine Glatze machen. Achso, bei mir sieht es gerade so aus. Tja, ist wie der größte Bastard. Wir sind jetzt beim ersten Delay Sports Training mit einer Glatze. Ich filme aber nicht so viel, weil der Vlog geht um morgen, Leute. Morgen ist direkt per Borkadi, Trippie Red. Ach, das wird so cool. So, die ganze Truppe ist jetzt hier versammelt. Was machst du? Reinigungswasser, ist das keine Seife-Jesiga? Das ist Gesichtswasser. Achso. Da hat gerade Glatze. Ich hoffe, man hat gar nicht so gut. Was willst du machen heute? Das ist dumm. Sein Traum ist mies dumm. Also ich habe gesagt Maske. Er will sich so eine Sturmhaube anziehen. Muss ich. Aber Maske machte, also ich werde nicht meine Haare. Sturmhaube. Wir sind die ganze Zeit am deep-talken. Wir müssen jetzt schlafen, ich habe meinen Koffer gepackt. Wir müssen in drei Stunden aufstehen. Hallo Leute, es ist 8.02 Uhr, wir sind laut Nabi um 8.30 Uhr am Flughafen. Das Problem ist, dass der Flug um 9.30 Uhr ist. Das heißt, wahrscheinlich ist er eine Stunde vorher ins Gate-Zoo. Und weil alle zehn Jahre gebraucht haben und Korea noch duschen war, ich habe es nicht gecheckt. Verpasst du dieses Ding, glaube ich. Gast an Tränen. Heute, Digga, ist das so hektisch. 8.27 Uhr, ich bin so gut Auto gefahren wie ein Weltmeister, Digga. Ich glaube, wir schaffen es. Boah, das war wirklich das Knappste, was hier passiert ist. Alles gedribbelt. Ich bin der beste Autofahrer der Welt. Alle Gerüchte. Na boah, du hättest mal recht gesucht, Digga. Digga, das war noch knapper als alles andere. Das ist aber nicht wegen mir. 3, 2, 4, 7, ja. Also, wie jetzt Slomo und so, ne, Slomo. Einen klicken und du wirst gewonnen. Das Ding ist? Das ist cool, halt. Kurier Zeit für sich. Ja. Das ist gut. Oh, mit Zwelo. Zwelo. Auf Twitch oder auf TikTok? Ach, wie hier? Oh, mit Zwelo. Ich erschreck mich jedes Mal, wenn ich in die Kamera kucke. Also, wenn ich so in der Selfie-Kamera bin. Wir haben uns nach vorne gedribbelt. Oh, Gott. Wir sind hier durch, Digga. Alle Security-Checks sind so voll. Cooler Typ, ungelogen. Sag einfach, komm mal mit, du hättest, du hättest, du hättest, du hättest, du hättest. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Niemand. Das ist auch mit so einer, der direkt aufsteht. Guck mal, guck mal den an. Das ist voll. Sie sind gerade angehalten. Ich habe gerade eine sehr, sehr uncoole Nachricht bekommen. Ich weiß nicht, ob das confirmed ist. Mein oder unser Gepäck konnte nicht mehr raufgebracht haben, weil wir zu spät waren. Also, die haben wahrscheinlich das Flugzeug nicht mehr erreicht. Und ja, uncool. Hoppla! 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 Wir warten mal auf unser Gepäck. Wir gucken mal, ob was ankommt. Wenn nicht, müssen wir zum Schalter laufen. Dann liefern die das zum Hotel. Ich weiß nicht, ob ich in dem Vlog schon was gesagt habe zu Frauenfeld. Frauenfeld werden nur 180.000 Leute sein. Das ist eines der größten Hip-Hop-Festivals. In Europa ist es das größte Self. Gleichzeitig ist Rolling Loud in Portugal. Da hatte ich auch Tickets, aber Rolling Loud, da sind 30.000 Leute. Gleiches gleichzeitig, da sind 20.000 Leute. Und im Frauenfeld sind 180.000 die letzten Jahre gewesen, Digga. Ja, und heute sind direkt Sailboi Kadi, Chipi Red, Pasha. Ich bin mal gespannt, wie es da ist. Fuck, Alter. Wir in den Koffer sind da. Ich glaube, nur meiner ist nicht da. Ihr habt alle. Sieht aus, als ob ich hops genommen wurde. Ome, sieht das hier aus am Flughafen. Ome, guck, du hier aus. Tschüss, Digga, wie siehst du aus? Wie aus dem COD, du? Nimm das mal ab. Man denkt, wir bereiten dir irgendwas vor. Ich muss jetzt die Adresse vom Hotel geben und sowas. Und jetzt liefern die das dahin. Warum? Wir sind jetzt im Hotel. Der in der Reputation ist ein Jürgen Burger, by the way. Das ist nicht cool, da war's ab bei dir. Das ist nicht cool, da war's ab bei uns allen gewesen. Ich hoffe, dass mein Koffer hier auch ankommt. Und dann wollen wir anscheinend noch eine SIM-Karte holen. Dann fahren wir zum Frauenfeld. Und wir sind zu oben. Wie sich aus, Digga. Und wir müssen noch lange durchhalten heute. Das ist das Problem. Wir haben jetzt SIM-Karten geholt. Der Mann hat dick Stress, weil er sein Handy nicht mehr vermittelt. Ist das irgendwie so Tradition, dass wir alle einmal gekickt haben? Was will ich denn in diesem Handy? Erst jetzt noch was und dann kommen wir aufs Nruba. Wo soll's denn sonst? Oh, wir freuen uns langsam schon. Das Handy ist doch kein Quatsch. Er hat einfach irgendwie unterliefert. Ey, der hält mir eigentlich vollkommen nicht so aus. Digga, wie lange hat er das gesucht? Hat er es geheult, ne? Kein Spaß. Der Mann war im Boot zerstört. Aber wir meinten, das war vielleicht ein Zeichen, dass er Frauenfeld ohne Handy genießen soll. Oder... Ich dachte wirklich, er hat mich verarscht. Ich spüre. Ich dachte wirklich, zu dem sein Lachen war auch so dreckig. Weißt du? Auf dem Weg von dort bis hier, da habe ich jetzt Quote 100%, dass ich erkannt wurde. Trotz einer Glatze, Digga. Ich habe meine Glatze umsonst gemacht. Wir laufen jetzt hier den Weg lang. Übrigens, hier ist es normal, dass man hier auch campt auf dem Gelände. Und langsam bin ich echt gespannt, wie ich es sein will, weil ich war noch nie auf dem Festival. Schauen einfach mal, wie es ist, wenn wir jetzt reingehen gleich. Hey, Jungs, wenn es so schwangradig ist oder so, könnt ihr zu uns in die Camping-Card. Ja, ja. Wir sind hier so. Die Biapit-Tribüne, okay? Da hinten. Da ist die Main-Stage. Da wird Cardi und sowas da rum, ne? Hast du schon ein bisschen unterwegs? Stich, Digga, ist ja riesig. Wie ist das? Alter, da ist Essen. Es gibt ein Basketball-Court, das weiß ich. Gibt es irgendwo einen Pool vielleicht? Die Rüttchen, ne Half-Pipe. Da ist übrigens die Stage. Die sind gerade so glücklich da vorne. Cool. Summer, Summer! Gerade Summer Jam irgendwo. Hier ist unsere Tribüne gleich. Bei Cardi kommen wir gleich zur Bühne sogar. Zu Cardi selber. Oh my God, bei Cardi. Da ist die Main-Stage. Die größte Bühne in Europa, meinst du? Und die campen da jetzt schon. Vielleicht ist das Stereo-Looks oder so, aber die campen da jetzt schon zu Cardi. Was trinkst du? Oder? Die erste ist mir ausgeguckt, leider. Ich muss gleich ein Neu holen. Ich bin zwei Sekunden hier. Ich kassiere einen Bespenstich. Ich habe noch nie in meinem Leben einen Bespenstich bekommen. Digga. Ich dachte, die hat sich hier unten mit runter, aber auf Bango seid ihr. Oh, mein Name ist 45. Ich bin der Team, bro. Den wir uns von den Subtrax spielen, für die du mit der Frau gehst. Oh, das ist Lärm. Ich bin der Rundsee. Ich bin der Rundsee. Ich bin der Rundsee. Ey, ich bin der Rundsee. 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 Meine Klasse funktioniert nicht. Einfach umsonst. Wir waren gab ein bisschen unterwegs beim Basketballcourt und so. Irgendwann wurde es aber zu viel. Gleich ist Loredana da hinten. Dann gehen wir auf die Bühne. Und gleich ist der Balkari dort. In einer Stunde. Digga. Boah. Dann geht es endlich los hier, Digga. Die ganze Zeit irgendwelche Stereo-Lookse, Digga. Ja, was? Das nervt ja. Oh, was ist denn da? Das stand grad Playborkadi. Pascha ist noch heute dran. Trippi-Rat-Tigger, Trippi! Ich werd grad jedem Künstler so ne Bewertung geben, wie gut der live war. Morgen sind die Baby, Polo G und so was dran. Die stehen ein bisschen in der Kritik, von mir zumindest. Für die Leute, die noch mehr auf dem Festival waren, geb ich auch so ein paar Tipps, oder ich sag, wie es ist. Ein Tag kostet 120 Euro, die Tickets, die wir bekommen haben. Also, wir haben vom Frauenfancy bekommen, hat Jams für uns organisiert. Die kosten 1.000 Euro oder so. So 4 Tage VIP-mäßig. Das Ding ist, Getränke sind hier übelst teuer und in der Schweiz ist es allgemein alles teuer. Davor waren wir Essen, eine Pizza kostet 20 Euro oder so, 20 Franken. Hier gibt's aber ein Freibad, hier gibt's einen Basketballport, alles Mögliche, ist schon echt cool. Ich bin mal gespannt, wenn's hier so richtig losgeht, weil bis jetzt ist noch viel leer und so, alle warten nur auf die späteren Acts. Mal gucken, wie's jetzt wird. Ich bin auch zum 1. Mal. Ich werd's euch auf jeden Fall sagen, wie ich's finde und ob ich's weiterempfehlen kann. Komm Riccardo, da ist jetzt? Rick! Rick Sanchez! Man kann ihn, glaub ich, voll gut lesen, aber sonst ist es scheiße. Jetzt ist es in der Kasse. Er ändert sich doch mal. Er macht das wie Kalle. King Larry! Roman will ich jetzt schon dahin stellen, bei Cardi. Damit er einen guten Platz hat, aber man wird da nicht rauskommen. Da ist recht, Läbel Cardi. Ich hab' mich hier oben eingquartiert. Ich hab' mich hier oben eingquartiert. Woher meinst du? Das Rohr hat, ist dort. Ich hab' mich nicht geschafft, die Rappen und zuwicht. Ich hab' mich nicht geschafft, die Rappen und zuwicht. Das ist nicht nur, um die Schärfe zu leben. Ich drücke wie der Völk, denn ich bin einfach so ein Tor. Ich hab' mich nicht geschafft, die Rappen und zuwicht. Ich weiß, ich habe eine spitze Nase. Ich freue mich schon. Jetzt trinkt das Teil. Auf Eli, Billy und Sidney. Ey, ich freue mich so auf Cardi. Guck mal, wo wir jetzt sind. Wo kannst du hin? Wir können eventuell hinter das Gitter. Die wollen, dass ich ins Marschbild komme. Und wir gehen jetzt in die nächste Station. Jemmo, mein Mann. Der Mann hat es uns geklärt. Wir haben jetzt beste Sicht. Guckt euch mal die Crowd an, Digga. Und es dauert noch ein bisschen. Loredana ist immer noch drüben. Cardi ist cool. Soße. Zum ersten Mal Cardi. Wie fühlst du dich? Cardi live. Erste Mal. Schneeboi. Unbescheiße. Schneeboi. 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 Wenn ihr nicht seht. Es passiert. Es passiert. Es passiert. Es passiert. Es passiert. Ich bin an. 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 c Ich bin an. und dann wird die gleich abgebissen. Oh mein Gott! Snap too much! Snap too much! Snap too much! Snap too much! Aber die Kroll ist spannend, da ist gar nichts höher. Das ist so krass. Die ganze Zeit müssen Frauen hier raus. Die tun mir so leid. Die haben da ein paar Stunden gewartet, so dass sie vorne stehen können. Guck mal! Die tun mir so leid. Da sieht der Rauch und so. Da sieht so wild aus, da drin. Die anderen Frauen. Die Armen, Digga. Die Roma ist am economic wors. Das war sie Oh, nicht so wild an den Die Frauen. Die petit. Die 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 It's happening to you. I'm like, please. It's happening to you. Whoa, whoa. Ich bin jetzt auf der Seite. Ich bin der Fall. Das war mir! Hi! 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 Hii! Hi! 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 porf hiermit der Karnikaisin und sich hiermit. Many members of your buddies in your family! Jaaaa! Guto! Jaaaa! Tschüss, liga! KING! G 어? KING! Play with those bitches! Make ya ratse, yeah! Make ya ratse, yeah! Make ya ratse, yeah! Make ya ratse, yeah! Lion, coyt. Hey, 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 hey was er noch was er war we're done was er war .. Was er war weh .. 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 Ich hab mich mit dem Bedeut, ich hab mich mit dem Bedeut! This is workin' for the Rock Nation! All I need is good and mine. All I need is good and mine. Hey! 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 Come on. They're here with the owners. Man hat ihn geholfen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Schnell weg! Schnell weg! Schnell weg! Er war andere Seite, ne? Er hat sich in die erste Reihe gekämpft. Guck es dir an! Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Dicker! Ich hab alles erlebt. Warum hast du hochkant gefilmt? Sag mal wo er das Wasser gibt. Komm her Cardi Baby! Machst du richtig? Was sagst du Schminke? War cool, ich schwöre sieht richtig cool aus. Guck mal wie ich gezittelt habe! Deine Lumpus! 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 Ich hab verliebt! Erstes Cardi Konzert, viel weg! Ich hab gesagt... Was sagst du? Ja, auch geisteskrank! Ja, ich peh! Die Leute sind so geisteskrank! Guck mal den an! Guck dir das an! Guck dir an wo ich mal! Pasha und nach Megan kommt Trippi, glaub ich! Nach Megan kommt Trippi, glaub ich! Lumpus! 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 Was passiert jetzt? Wohhh! Ey! Ja! Jawohl! Kommt er zu mir, wer dann zieht er Todowell! Alles klar! Ich hab eine Strat, Bro! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Immer der, der... Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ich hab früher in der Dusche das geübt! Ich hab die Fie, die Dreh, 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 die Dreh Musik Musik Das ist der Nächste. ARD Text im Auftrag von Funk All these rags, come in there, come in there And come on, come on, let us know what I need Take a moment, come on, come on All these rags, come in here, come in here And come on, come on, cannot stop coming in, coming in Pull up in that drop dodge, drop 10 Oh, baby, you're gonna die, come in there Hey, you're gonna die, yeah, you're gonna die Yeah, you're gonna die Yeah, 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 yeah What that mean? What that mean? Come on, start, come on, game Musik Ich habe jetzt eine Story gemacht, ob jemand mein Handy findet, irgendwo bei Trippi. Kommt bestimmt an, ich habe mein Handy verloren, aber schlechte Laune habe ich erst, wenn ich nach Hause gehe. because of der werte. Ja, ja, ja. Ich habe mein Handy am Anfang verloren, ich habe es trotzdem gefühlt, aber ich bin traurig. Irgendwo im Moshpit ist mein Handy. Ich bin hier noch drei Tage oder so. Ich habe eine Story gemacht auf Instagram, weil mein Handy hat. Irgendwie zu mir bringen. Ben Berger, ich grüße dich. Ich bin gebrochen. Ist Kalle? Ich bin Kalle, natürlich. Kalle! Ja, ich bin jetzt mein Handy hier, Leute. Immer positiv bleiben. Passiert den besten. Vielleicht kommt noch einer, denkt positiv. Die Austritte sind vorbei. Es gibt noch so Aftershow, kürzismäßig. Ich bin eigentlich gebrochen. Aber ich glaube, die werden noch da bleiben. Die sind alle motiviert. Ich habe eine Wespe gestochen. Mein Koffer kam nicht an. Ich weiß nicht, ob er da ist. Und ich habe mein Handy verloren. Also besser kannst du starten. Aber alles positiv sehen. Die Wespe habe mich gestochen, weil ich lecker schmecke. Koffer habe ich verloren. Passiert den besten. Und Moshpit, Handy verloren. Moshpit, Handy verloren. Ja, bald blöd. Was soll ich sagen? Ich glaube, mein Handy ist da. Ich weiß es nicht. Und ich habe immer noch Hoffnung, dass es irgendwie zurückkommt. Aber ich bin auch gut gelaunt. Hinten sind noch irgendwelche Clubs. Wir schauen mal, was da abgeht. Ich bin ein bisschen gebrochen. Habe ich schon tausendmal gesagt. Aber ja, ist halt so. Morgen ist noch krankes, leider als heute. Viel, viel, viel krasser. Der Baby, Polo G, Ufo. Roddy Ricch. Der Uzi. Oh mein Gott. Das war's mit dem ersten Tag im Frauenfeld. Ein Auf und Ab der Gefühle. Fest verstehe ich. Koffer kam nicht an. Ich hoffe, der ist jetzt zu Hause. Handy verloren. Das ist, was am meisten weh tut. Aber morgen ist halt ein super Tag. Mein Hals tut so weh, ich höre. Meine Stimme ist schon fast weg. Aber wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da. Lasst ein Abo da. Sehen wir uns in dem nächsten Video. Wenn es wieder heißt, du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Wenn dich weiß, muss ich raus. Ich bin dein Wingman. Check mit Kdn. Aber so was willst du nicht drehen? Mit dem Wägel kann ich mich einbauen. Oh mein Gott. Boah, bis boah. Yeah. So feiertes Abend sehe ich hier auch nicht meinen Koffer. Natürlich nicht.